Durch die neuen Module, die wir mittlerweile bekommen haben, dank dem Frayner Update, haben wir viel mehr Möglichkeiten, unsere Builds hier anzupassen. Und wir kennen es, momentan gibt es auch Dungeons mit 400%iger Schwierigkeitsstärke und natürlich auch einen neuen Koloss, der extrem nervt, und zwar der Todespirscher. In diesem Video zeige ich dir zwei Builds, einmal für den 400er Dungeon und einmal für den Todespirscher. Und ja, das Ganze mit neuen Modulen und ja, auch mit der Bunny. Und wie ihr gerade gesehen habt, ist der 400er Dungeon mit der Bunny total easy. Wir rennen nur noch so durch, die Gegner fallen um und das ist eigentlich das, was wir hiermit erreichen wollen. Wir rennen mit der Bunny einfach durch und wie immer fallen alle um und so muss es genau sein und nicht anders. Und dementsprechend zeige ich euch jetzt den 400%igen Dungeon-Bild. Wir gehen einmal drauf, hier ist es einmal und ihr seht selbst, hier haben wir auch schon was Cooles mit drin. Das könnt ihr mit der normalen Bunny und mit der Ultimate Bunny ohne Probleme hier nutzen. Denn verwandelt maximale Energie in eine Form, die um Bunny herum Schaden verursacht. Warum habe ich das mit reingenommen? Und zwar, ich zeige euch das einmal eben. Ich renne einmal kurz hier rum und im 400er Dungeon ist das halt so, wir haben eine dicke Monsterdichte, ja. Und wenn ich jetzt meine Ulti aktiviere, zack, seht ihr Funken sprühen raus und wenn genug Monster da sind, aktiviere ich die Ulti wieder und zack. Habt ihr das gesehen? Ein riesen Flächenschaden ist das. Und dementsprechend kommt uns dieses Modul hier in den 400er Dungeons richtig zugute. Ja, wir machen nicht nur die ganzen Gegner mit unseren schönen Kreis hier platt, alleine schon wegen der dicken Reichweite, wie ihr gerade sehen könnt, sondern auch dementsprechend auch mit unserer Extra-Ulti und die Gegner gehen dann hier schnell down. Und deswegen finde ich dieses Modul gerade für den 400er Bereich schon nicht verkehrt und daher solltet ihr den mal mit reinnehmen. Dann habe ich noch zusätzlich Luftmanöver mit drin. Es ist ja eigentlich egal, was ihr hier reinmacht, Hauptsache ihr habt hier was abgegradet, denn ihr seht gerade selber, wir sind hier auf 85 von 85 Modulkapazität. Dann fangen wir hier einmal an. Hier einmal Stärkeerhöhung, zwecks unserer Fertigkeitsstärke natürlich erhöhen. Dann gehen wir einmal wieder hier hin, erhöhtes Leben. Wir brauchen halt erhöhtes Leben logischerweise. Dann gefährlicher Hinterhalt. Wenn uns hier keiner anvisiert, machen wir hier logischerweise viel mehr Fertigkeitsstärke und das macht dann nochmal zusätzlich 25% auf das, was wir eigentlich schon haben. Und das ist schon nicht verkehrt, daher schön mit reinnehmen. Jetzt kommt ein neues Modul und ihr seht selbst zwei Stück habe ich davon drin. Und zwar der eine Elektroverstärkung. Er sagt zwar, dass wir hier ordentlich Elektrofertigkeitsstärke dazubekommen, aber dafür geht der Crit-Schaden in den Keller. Aber das brauchen wir mit diesem Bild nicht. Es gibt auch das andere Modul, der besagt, Singulärfertigkeitsstärke geht nach oben und die Crit-Rate geht runter. Und ihr seht jetzt hier gerade, minus 140 Crit-Rate und minus 140 Crit-Schaden. Aber dennoch fallen die Monster bzw. die ganzen Gegner extrem schnell um und daher sind diese Module schon nicht verkehrt und die solltet ihr dann dementsprechend auch mit reinnehmen. Dann nochmal zusätzlich hier Singulär-Spezialist mit reinnehmen, zwecks nochmal zusätzlich 76,1% von Singulärfertigkeitsstärke. Denn unsere Fertigkeiten basieren auf Singulär. Einmal das ganz normale Laufen und einmal unseren Blitzeinschlag. Klar, die Ulti ist jetzt Fusion, aber das ist nicht wichtig. Wichtig ist halt einmal unsere Lichtgeschwindigkeit und natürlich unseren Blitzeinschlag. Dann einmal MP-Umwandlung, Zwecksfertigkeiten, Abklingzeit. MP geht ein bisschen in den Keller, aber das ist Schnuss, Pieps, egal. Abklingzeit ist halt wichtig, dass wir instans, ja, konstant unseren Blitzeinschlag nutzen können. Wir gucken einmal, aktuelle Dauer unseres Blitzeinschlags beträgt 23,2 Sekunden. Und ganz oben steht, aktuelle Abklingzeit sind wir bei 19 Sekunden. Das heißt, wir können non-stop konstant unseren Blitzeinschlag aktivieren, ohne dass der irgendwie mal ausgeht. Und wir laufen dann ins Leere, sag ich einmal, ja. Daher ist das hier schon nicht verkehrt mit der MP-Umwandlung. Denn wir haben hier nochmal zusätzlich 36,5% Abklingzeit. Und das kann sich sehen lassen, allgemein haben wir auch hier 36,5%. Und das reicht dann vollkommen und das pusht uns dann dementsprechend hier ganz gut nach oben. Dann ganz klar einmal für die Reichweite, denn wir brauchen extrem viel Reichweite. Und das kriegen wir dann natürlich mit unseren Reichweite-Maximierung gut mit raus. Hier Fertigkeitseffekt, Reichweite fast 100% mehr. Dafür geht die Fertigkeitsstärke ein kleinwillig in den Keller. Aber das ist uns total egal, denn wir haben hier genug Plus, was unsere Damage nach oben treibt. Dann einmal LP-Verstärkung. Schild geht zwar runter, aber dafür unsere LP geht dementsprechend nach oben. Das kommt uns ebenfalls zugute. Dann wieder mal Fertigkeitseffekt, Reichweite schon wieder fast 100%. Das ist schon extrem. Wenn wir uns das Ganze mal angucken, sind wir bei 186,7% Effektreichweite zusätzlich. Das ist schon nicht verkehrt. Und das ist jetzt auch der 400er Bereich. Wir sind jetzt hier aktuell bei 18.600 Leben und dann einmal so ein bisschen Schild. Zu dem Rest kommen wir dann natürlich gleich. Und weiter geht es dann einmal mit dem Todespirscher-Bild. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und das war jetzt der Todespirscher-Bild. Aber bevor wir jetzt hier gleich einmal anfangen mit dem direkten Bild, eine kleine Anmerkung. Wir haben einen Community-Discord-Server. Ja, auch wir haben das. Die Community wächst von Tag zu Tag immer mehr. Wir stehen uns gegenseitig mit Rat und Tat zur Seite und schnacken auch sehr viel, zocken auch sehr viel. Also solltest du auch mal Interesse in einer kleinen Community haben, dann schau doch mal direkt unseren Discord. Den direkten Link findest du in der Videobeschreibung. Apropos Videobeschreibung, eine weitere Anmerkung. Ja, es nervt, aber ich möchte es ganz gerne mal ansprechen. Ich bin offizieller First Descendant Content Creator. Ja, und solltest du eventuell 10 Sekunden deiner Zeit opfern wollen, würde ich mich riesig freuen, wenn du auf den Link in den Kommentaren, der angepinnt ist, oder in der Videobeschreibung draufklicken würdest, ein Haken setzt, zwecks Creator hinzuzufügen. Und das war es auch schon. Es kostet dich nichts, außer vielleicht 10 Sekunden deiner eigentlichen Zeit. Und es läuft dann wie folgt ab. Solltest du irgendwann mal im Spiel etwas kaufen, dann bekomme ich von Nexon einen kleinen Prozentsatz als Provision. Das war es auch schon. Für dich ändert sich gar nichts. Und jetzt gehen wir auch mal direkt weiter zu dem Bild. Ihr seht jetzt gerade bei dem Todespiescher ist es halt wichtig, dass wir komplett auf Schild gehen. Denn der Damage, der hier ausgetragen wird, der zieht uns Leben ab. Und daher ist es ratsam, sehr viel Schild zu haben. Ja, und deswegen haben wir aktuell mit Bunny fast 25.000 Schild. Und es geht natürlich einen kleinen Tacken höher, solltet ihr natürlich bessere Rolls haben. Ja, und aktuell haben wir Verteidigung 1700, Leben, natürlich eins. Das ist komplett Schnuppe. Und deswegen gehen wir auch schon direkt mal in den Bild rein. Zack, hier einmal den Pirscher. Und hier spielen wir mit Hochspannung. Aktuell zu haben mit der Ultimate Bunny. Hier macht ihr irgendwas anderes rein. Und hier gehen wir auch ein klein wenig Richtung Giftresistenz. Ja, perfektes Gegengift. Ist halt für den Todespiescher nicht verkehrt. Und dann fangen wir auch schon mal direkt an. Einmal bei den Stimulationsbeschleuniger. Hier bekommen wir Max LP ordentlich geschenkt. Und zwar 234%. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum gehst du hier auf Leben, wenn du Schild haben willst? Es gibt hier einen Mod, und zwar besagt der hier. Setzt das maximale Leben auf 1 fest und erhöht maximales Schild um 26,8% der Max LP. Das heißt, je mehr LP wir haben, desto mehr Schild haben wir. Daher ist es wichtig, mit diesem Bild dafür zu sorgen, dass wir hier sehr, sehr viel Leben haben. Ja, und das Leben wird dann umgewandelt als Schild. Und ihr seht jetzt hier gerade selber, ich bin jetzt aktuell bei 400% mehr Leben und fast 350% zusätzliches Schild. Und das ist schon eine Menge, würde ich mal sagen, ja. Daher hier auf jeden Fall mehr Leben reinknallen. Hier dann einmal Fertigkeitenvereinfachung. Hier bekommen wir nochmal zusätzlich Fertigkeitsstärke dazu. Denn wir möchten halt auch ein klein wenig Damage machen. Wichtig ist halt, dass wir mit diesem Bunny-Bild einen auf Supporter machen. Klar, es gibt bessere Builds für den Todespirscher. Ja, aber solltest du ein Bunny-Spieler sein, solltest du deine Bunny als Supporter spielen. So ungefähr. Ja, das heißt, wenn Leute umfallen, ist es deine Pflicht, die Leute aufzuheben. Wenn die ganzen Totenköpfe geflogen kommen, ist es deine Pflicht als Bunny, die Totenköpfe platt zu machen. Deswegen ist halt diese Hochspannung nicht verkehrt. Und deswegen bräuchten wir hier auch für diesen Bunny-Bild auch ein klein wenig Damage. Denn wir müssen die Totenköpfe platt bekommen, damit unser Team ohne Probleme weiterhin auf den Todespirscher schießen kann. Deswegen ist das dann eure maximale Pflicht. Dazu habe ich gerade schon was gesagt. Und dann gehen wir Richtung LP-Umwandlung. Schild. Hier wird unser Schild extrem erhöht. Und ja, ein klein wenig die LP runtergesetzt. Aber das ist komplett schnuppi. Dann gehen wir runter. Einmal Bio-Synchron-Schild. Hier läuft das dann so ab. Ihr kennt ja ab und zu, wenn ihr einen Monster tötet oder so, dann kommen die roten Kristallpunkte. Also LP-Kugeln auch genannt. Wenn wir die dann einsammeln, dann geht anstatt unsere LP dann unser Schild nach oben. Die sorgen halt dafür, dass unser Schild immer schön aufgefüllt wird. So wie unsere LP halt. Daher ist Bio-Synchron-Schild ein Must-Have für diesen Bild. Dann geht es hier in erhöhtes Schild. Logischerweise. Man versteht es so, wie es da steht. Dann einmal erhöhtes Leben. Dann einmal Verstärkungskontrolle. Wegen unserer Fertigkeit und Effektreichweite. Und nochmal zusätzlich maximales Schild. Und einmal wieder mal Fertigkeitseffekt-Reichweite. Alleine schon wegen unserer Hochspannung. Ja. Und das war es soweit. Somit kommen wir dann auf fast 25.000 Max-Schild. Waffenmäßig habe ich halt wieder mein bleibendes Vermächtnis mit drin. Wie immer den aktuellen Link. Das finde ich euch jetzt einmal oben rechts in der Videobeschreibung. Bei den Reaktoren habe ich halt unten mit drin Fertigkeiten Dauersteigern. Und einmal Steigung der Elektrofertigkeitsstärke. Perfekt wäre zum Beispiel Fertigkeiten Kostenverringerung wäre nicht schlecht. Oder Steigung der Elektrofertigkeitsstärke und Singulärfertigkeitsstärke wäre nicht schlecht. So eine Kombination. Das sind alles so Sachen, die könnt ihr ganz gerne haben. Angriff gegen Kolosse brauchten wir hier überhaupt nicht. So, jetzt kommen wir zu den externen Komponenten. Und wie ihr seht, habe ich hier tatsächlich irgendwas drin. Wichtig ist halt, dass ihr darauf achtet, dass ihr bei den Komponenten zusätzlich maximal LP mit drin habt. LP ist das One plus Ultra. Je mehr LP wir haben, desto mehr Schild haben wir. Vergesst das eigentliche Schild. Schild ist nur so ein ganz kleines bisschen immer ganz gut. Wichtig ist halt, dass wir hier sehr viel LP bekommen. Deswegen achtet darauf, dass ihr überall LP mit drin habt. Hier habe ich Max Schild. Ist okay. Max LP, Bombe. Hier habe ich wieder zusätzlich Max LP. Mega nice. Und hier habe ich wieder zusätzlich Max LP. Und wieder mal zusätzlich Max LP. Ihr seht selber, überall habe ich LP mit drin. Ist schon ganz cool. Hier könnten wir natürlich immer gegensteuern, wenn ihr nochmal zusätzlich Max LP habt. Da müsst ihr euch mal reinfuchsen und dann eure Komponenten mal passend suchen. Aber so wie es jetzt gerade ist, bin ich aktuell bei fast 25.000 Schild. Und das kann sich dann auch sehen lassen. Und ja, das war es auch schon. Ich hoffe, dir hat das Video soweit gefallen. Wenn ja, würde ich mich riesig freuen, wenn du mit einem kostenlosen Abo am Start bleibst. Aktiviere auf jeden Fall die Glocke, damit du kein Video mehr von mir, unser First Descended, verpasst. Und nicht vergessen, unseren Community-Discord-Server zu joinen. In dem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. FreigastTVs raus. Ciao, ciao.